ja gut dann habe ich ja dieses ganze ja auch mit dem druck jetzt den erkundung scheiße ist abgeschlossen nein lasst mich gehen aber für fucks sake kämpf ich gegen euch wenn es euch glücklich macht ja bei den gleich mal weg hier gerade die kleine rumpf hat den hier rabe dracone ja die fütter machen so lange so wie es aussieht knall weg die lappen alle nach den anderen oh ich hab den orbitallaser frei den nutzen im nächsten mal was mache ich das was okay ich muss im richtigen moment drücken das könnte übung brauchen das gute ist ja dass der bruder hier rapid empathie hat das heißt dass ich da auch meinen zukünftigen supports mal das ding reindrücken kann aka sarni pudding sarni pudding oder für mehr damage hat auch den roten choco bombe zugewöhnlich eher den pudding so naja das letzte stück kann ich auch noch laufen was seid ihr was seid ihr los geht's wir sind fast da es kann ich wäre ja mal kurz ein choco bombe nehmen sollen aber habe ich auch schon wieder keine ahnung 5 gitzel kräuter hier in einer einzigen ding hier verknallt nein aber ich brauche trotzdem noch irgendeine quest mit gleich mal dann auf der einen seite dort ich denke da die äh steine dort kommen irgendwie ist denn nicht heiß ist denn nicht heiß waaaaat wieso gehst du einfach zu ihm wieso gehst du einfach zu ihm ich bin nicht wie ihr euch ich bin nicht mehr in dieser Welt ich bin hiermit mit einem einfachen Gewicht wenn du ihn wieder sehen dann sag ihm er sich um einen neuen Freund zu finden der wird ihn zurück versteht in allem danke Leute ich bin nicht mehr ah WTF nice ja damit so wie viele artefakte habe ich denn damit jetzt schon in der zeit hier 3 von 4 nun ich könnte natürlich jetzt versuchen das letzte auch noch zu finden weil wenn wir schon mal hier sind WTF nicht ich glaube einfach was irgendwie gerade passt keine ahnung oder der hat noch gar nicht der W6 erreicht ah okay nun gut dann campen wir uns den Weg mal weiter Richtung gehen Norden ich hier unten gar nicht hinkommen das sagt schon ein bisschen aber da oben doch der da der könnte noch eine Quest haben der eine da komm wir gehen da einfach hin oh ich möchte aber noch mal ganz kurz speichern weil wenn mir jetzt hier der Don Tomberry über den Weg läuft dann äh mal deutlich laufen oder gab es nur den normalen Tomberry ich weiß es gar nicht mehr egal die könnten wahrscheinlich beide locker umbringen ah wir gucken mal was seid ihr für den Gill mal gucken wie schnell ich die umlegen kann nur so als Test wie gut dass ich gespeichert habe wie gut dass ich gespeichert habe los Vagona mach fertig da warum Ruin färf doch ganz normal an na egal tot ist tot ich werde mich nicht beschweren den nächsten umgebracht ja guter 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 Drakoner 950 Gill und kann man machen nicht so so weil ich mich aufregen würde so wir haben jetzt ein Ur-Artofakt habe ich jetzt auch schon eine Portale freigeschalten äh kein Problem egal ich habe auch noch kaum gute Asperationen das ist das Wurf geschmiedet das müsste ich auch mal irgendwo in Angriff nehmen aber erstmal auschecken was hier unten ist yo Brodi du hast bestimmt eine Quest für mich du siehst zu verdammt noch von einer aus doch wir machen es einfach doch wir machen es einfach ja irgendwie schon nicht ein paar Akademie Offizie haben dieses System aber andere sind in bestimmten emergenen warum was machst du mit eigentlich ja nicht und wenn ich es trotzdem mache Kollege erstmal nochmal kurz den Raum hier auschecken ob es was gibt nein nein ich äh wieso ja 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 was ist jetzt ein Problem ich habe eine Idee könnte funktionieren weil der Typ hier offenbar irgendwas für mich hat ich gehe mal in die anderen Brescher Ruinen ja wo ich immer noch erst 3 von 8 Tragmenten habe ich muss ja mal nach Quest oder so suchen ich würde vielleicht mal helfen aber gut das kann ich ja auch alle später in Angriff nehmen das wichtige ist erstmal ich habe ein Ohr Artefakt und brauche noch mehr davon ich gucke schon mal wo die nächsten sind ok nächstes Ziel hier nach wird wohl Turm von Augusta sein später aber schon die 2 Kapseln ich habe immer noch nicht den Ziel für den Tunnel besiegt verdammt nochmal oh ah eine Chocobone will ich mir jetzt dafür nicht weil ich will ja auch mal diesem komischen Ziel begegnen und besiegen das ist schon ein Witz so du das ist wirklich na dann mach das mal wow wow 100 Kp stark so ich würde sagen dass ich mich von ganz oben runter arbeite nein ich habe das Ziel auch noch nicht gesehen fang nochmal es könnte sein das Paradoxe hat sich mit uns das Spiel ist ziemlich großartig ist es mit uns schau auf die Spielkommnisse ich bin kein Spielkommens doch du bist der Papa mit wem könnte ich alles sprechen da unten könnte ich mit den Leuten sprechen und da hinten das war es schon und weil ja irgendwo in den Tunnel ein Monster sein muss gehe ich den Tunnel jetzt durch vielleicht finde ich ihn ja das wäre super hier sei es nicht nur hier unten war ich auch noch gar nicht hast du mir was zu sagen hast du nicht gut tschüss na los na los du hast die Kapsel und die Ruhe wow ich glaube das ist der Weg zu besser vielleicht hier nein hier ist auch nichts wie könnte sein dass ich hier so viele Fragmente übersehen habe Was, bist du für einer? Sehr schön. Interessant. Erzähl mir bitte nicht mehr. Was bist du? Ach, nein. Bab, 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 bab. Ähm, waren die beiden Patrouillen schon vorher da? Ah, egal. Ich muss, es ist da hoch in den Tunnel. Wenn da irgendwas zu finden. Und ich gehe zuerst aus dem Friedhof. What the fuck? Ich könnte auch zuerst aus dem Friedhof gehen. So hält mir der so viel aus. Naja. Nichts weiter wichtig. Tod ist tot. Nein, ich muss ja lang. Okay, ich gehe zuerst zum Friedhof. Ich gehe zuerst zum Friedhof. Wieso ist die Musik so beunruhend? Könnte es sein, dass wir diese Paradoxe mit unserer Suppe beschäftigen. Ah, ja, ja. Ich bekämpfe nur, damit ich mit den Typen reden kann. Was ist es? Noll, getrackt. Ups. Easy. Sie haben die Kapsule in der Ruhe gefunden. Sie sehen, dass die Kasse in der Kasse gesehen wurde. Was? Habe ich mit dem nicht erst geredet? Leid auf dieselbe Quest für mich. Hm. Was? Alter, komm schon. Oh, ist das so Dishim? Ja. Ich hätte niemals leveln sollen. Du hast ihn. Na ja. Nicht zu schlimm. Komm, mach was. Easy. Guter Dragona. Trotz, nur für Sterne. Ha, ha, ha. Ah, nice. So, den Frieden vor Quest checken. Na ja, Liss, du stößt immer noch hier. Danke. Ja, gut. Hier ist nichts weiter. Nichts, was ich sehen kann. Aber es muss ja noch Quest geben. Auf jeden Fall. Weil irgendwie muss ich da auch nicht durch die Steinwand durchkommen. Hüpf. Wir gucken einfach mal. Bist du ein... Alter. Jetzt gehen wir doch eigentlich schon die kleinen Viecher auf den Nerv. Oh, Epilepsie. Oh. Brody. Oh, Epilepsie. Hm. Weil du vielleicht eh tieren müssen. Ich weiß nicht. So, wir gehen zuerst nach rechts, weil es so schön ist. Du bist kein Thief. Bist du ja unten an der Scheiß. Die haben all dieselbe Quest für mich, als ob. Hier ist aber kein verdammter Thief. Oh, ich bin zu dumm, den zu sehen. Könnte auch sein. Nichts. Nichts. Nochmal nichts. Und mit dem Ding hier kann ich ja nicht reden. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, das bringt mich hier gerade absolut null weiter. Ihr seid keine Thief. Ach, Mann, ey. Wo ist denn dieser Penner von Thief? Gut. Häng ich aufspielen? Das ist ja safe. Ach, doch nicht. Ist nur eine Katze. Letzte Blut-But-Achtung. Der Dude steht hier einfach rum. Wirklich. Na gut, dann mach ich mal kurz mit drei Schüssen platt. Wow. Der hat die erste Welle überlebt. Krank. Jetzt bist du trotzdem tot. Haha. Zu einfach. Schreckessenz. Sehr schön. Hätten wir den Penner damit auch nicht mal gefunden. Problem dabei. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich weiß nicht, wo ich nur die Quest finde. Ich kann ja mal drüben im Lager gucken. Tun uns auf jeden Fall auf. Da haben wir einen Schock gebohlen. Hier hol ich mich schnell. Ja, ja, ja. Der Ziel war wahnsinnig schwer. Dankeschön. Wir kühlen unser Leben nicht. Ey, Spiel. Ohne Witz. Erstmal speichern darauf. Kein Bock, dann wieder stundenlangen Fortschritt verloren zu haben. Let's go. So, wo war ich denn bisher eigentlich noch nicht? Da hinten war ich ja jetzt. Genau. Weil nach wie vor... Jetzt haben wir 4 von 8. Genau. 4 von 8. Was ist der schnellste Weg? Da unten lang. Okay. Da hinten. Ist das die Steinmauer, wo ich nicht weiterkomme? Jupp. Es wurde was für Spreng erwähnt, ich meine. Hast du was für mich? Oh, ich kann mit keinem reden, weil ich auf dem Schokobo bin. Hervorragend. Lass mich hier drüber sprengen. Schon wieder. Daneben nicht. Irgendwas für mich? Nein. Gut. Dann sehe ich mich nochmal nach Questzone. Duo. Danke schön. Duo. Oh, hier gibt es so viele Leute. Verdammt nochmal. Duo. Du bist responsibel. Ich apprecie das, aber ich bin sorry. Wir haben immer Platz mit unserem Budget erhöht. Das war leider keine Quest. Was bist du? Atlases. Es könnte sein, aber... ...seins ich es nicht meinte... ...dass ich es nicht. Warte. Ja. Wunderbar. Du bringst das auch nicht weiter. Was ist denn hier los? Alyssa hilft mit deaktivivieren. Ihr seid keine Questgeber. Was ist mit dir los? Gibst du mir eine Quest? Ja. Was ist mit... Du weißt, wie unser Kommunikator-Servor... ...seht, wie ein anderer Typ ist. Wie ist das nur passiert? Was bedeutet das, wenn sie sagen, wenn sie über Events sprechen, die nicht passieren müssen? Es ist eine Theorie, dass die Paradox-Effekt... ...dass es ist wahr, dass es vielleicht ein Zukunft ist, ich und meinen Kommunikator verbreite. ...die mich in dieser Müll. Äh, du weißt was? Ja, ja. Ja, ja. Quest gelöst. Yay. Wie viel habe ich damit jetzt? Äh, Fragmente? Kategorien? Nein. Raumzeiten. Brescher 5. Naja. Geht doch voran. Eine Quest wird safe damit zu tun haben, dass ich dort die Steinwand irgendwie aus dem Weg räume. Hast du eine Quest? Nein. Hast du eine Quest? Wir waren sicher. Wie warst du das? Es war kein Kampf, das wir konnten. Aha. Aha. Sehr spannend, aber keine Quests. So viel Leute. Oh, und damit wird dieser Part auch schon wieder beendet. Wenn ihr mich unterstützen wollt, drückt doch oben rechts auf mein Profilbild, oben links um zu meinem letzten Video zu kommen, unten links zu den Playlist und unten rechts zu einem vorherigen Video. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zusehen und bis dahin. Zusehen und Dr 107. Zusehen undfivemin 4- heel solder. Zusehen und